Von 1. bis 2. Dezember präsentiert der Luxemburger Adventszirkus sein neuer Programm um Glacier an der Stadt. Ein internationaler Mix aus traditionellem Zirkus, manegentheater, variété und moderne Show. Mit artistik, akrobatik und magie, mit witz exotik und zeitgemässem Sound. Der Luxemburger Adventszirkus, auch nicht Zirkusdirektor und auch nicht Sprachbarrieren, ein Zirkus für keine Änderung nach bis 2. Dezember um Glacier. Mit Info auf agenda.rtl.lu Das ist ein Zirkus für keine Änderung nach.